Leider ist das Rohr verstopft unter den Schienen von dem Graben an der Straße zu dem anderen Graben an den EVB-Gleiden. Wir haben das schon mit der Sprühmaus eben versucht, aber sind leider in der Mitte hängen geblieben. Und jetzt wird morgen die Geschichte repariert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist nach 18 Uhr, aber trotzdem sind wir hier allein auf weiter Flur. Auch die Bauern sind fleißig. Bis zum nächsten Mal.